Philipp Lahm, viel Geld für einen guten Zweck. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Ja, sehr gut. Hat man ja gesehen. Wir hatten sehr viel Spaß. Der Gegner hatte auch sehr viel Spaß und das Wichtigste ist, dass alles für einen guten Zweck war. Oliver Pocher als Bester als Oliver Kahn oder doch als Marc van Bommel? Ja, weiß ich nicht. Das kann ich nicht so gut beurteilen, aber die letzte Parade war natürlich sensationell. Danke.